Hi Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video in Hogwarts. Let's see! Wir probieren immer noch verzweifelt auf Level 35 zu kommen. Beziehungsweise sollten wir erst mal auf Level 33 kommen. Hier sind die ganzen Nachrichten. Da kommt auch nix mehr. Gar nix mehr. Professor Fick. Na, Lothar. Ach man. Schade. Schade, was mit ihm passiert ist. Naja. So ist es leider manchmal. Wir gehen jetzt einfach in jeden Raum und gucken, ob irgendwas ist. Leute, ich kann... Es ist ein bisschen blöd, aber... Vielleicht finden wir irgendwas Spannendes. Nepp. Aber sie haben schon richtig gut dekoriert, ne? Muss man was sagen, die Entwickler. Dass hier überall was anderes ist. Naja. Aber leider nix Spannendes. So ist noch hier irgendwas. Da ist noch eine Ruhe. Wo ich nicht öffnen kann. Super. Hat sich total gelöhnt. Warte mal. Kann ich auch theoretisch einfach davor gehen? Oh, das ist schön, gell? Dass das alles so bepflanzt ist. Ich liebe diesen Raum einfach. Das Einzige, was angezeigt wird, ist die Drohle unten. Es bringt auch nichts in jeden Raum reinzugehen, wenn ich von hier schon sehe. Da ist nichts drin. Ich kann noch mal hier so ein bisschen, aber... So. Da ist ein Nifflerbild. Und hier noch mal hier unten. Wo war das hier noch mal? Dort vorne. Und diese Tour hier. Ah, da kann ich doch die ganzen Hausmarken hin machen. Hier eine haben wir schon. Noch eine. Noch eine. Was war's? Ja, aber ich hatte das Gefühl, mehr gibt es in diesem Haus. Raum nicht mehr zu erkunden. Es ist ein schöner, geräumiger Raum. Irgendwo, irgendein Geheimnis versteckt sich dieser Hufflepuffkeller noch. Irgendein Geheimnis. Irgendeins. Ich glaube nicht, dass wir hier schon alles haben. Und diesen Gang und diese Treppe hin. Reveglio. Hm. Ah, guck mal. Hier. Können wir mal schauen, wie weit wir montan stehen. Ups. Sorry. Ja, es geht doch, oder? Lässt sich doch sehen. Und hier könnte ich das Spiel. Warte mal ganz kurz. Für die Aktivierung der Auftrag. Kann es Stufe oder Wechselwärmforderung geben. Steuerauftragkontrolle. Ja, ich weiß ja, dass ich noch einen Stufe erreichen muss. Hallo. Ich finde es so krass, dass jeder einzelne Teller anders sah. Das ist so krass. Na gut, das Essen ist glaube ich nicht 3D, oder? Doch, das ist auch 3D. Krass. So, guten Tag. Könnt ihr mir vielleicht XP schenken? Das wäre so lieb. Danke. Natürlich machen sie das nicht. Vielleicht würde ich doch mal rausgehen. Hier in Hogwarts gibt es doch definitiv Geheimnisse. Aber nichts, wo wir jetzt auf der Schnelle finden. Ich hätte noch eine Idee, was für eine Mission wir noch machen müssen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock darauf. Ich will diese Aufgabe nicht machen. Akiyo-Duell. Oh, ich kriege schon ganz aus, wenn ich das erwähne. Ich mag, ich mag Akiyo. Grundsätzlich ja. Aber dieses Minispiel hat mich einfach nicht. Aber okay. Hallo Professor, ich bin wieder da. Schön, dass sie die ganze Zeit auf mich warten und niemanden unterrichten. Ich würde eigentlich ihr Unterricht besser finden. Naja. Ja. Professor, ich fordere sie zum Akiyo-Duell heraus. Sie sind sehr entschlossen. Eine Eigenschaft, die sie im Leben weit bringen wird. Wollen wir dann? Okay. Bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Akiyo. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war mal wieder so klar. Flammen. So. Und jetzt loslassen. Und runtergeboxt. Kann ich jetzt schon aufgeben? Ich habe jetzt schon verloren. Ich habe jetzt schon verloren. Egal, was ich jetzt mache. Die müssen auf die 100 spielen. Gut gemacht. Aber selbst wenn ich jetzt noch zweimal 100 schaffen würde, könnte ich jetzt glaube ich nicht mehr noch fragen, warum ich das Spiel nicht mag. Ja? Na gut, er kriegt halt meistens, oder ich glaube sogar immer, 160. Also wir hätten doch noch die Chance gehabt. Aber jetzt können wir es eh knicken. Null! Null! Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Kann der Typ eigentlich mal was anderes sagen? Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Wie das mit noch einer Runde. Ja. Juhu. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Ausgezeichnet. Was? Soll ich bei eins getroffen? Was willst du da verbessern? So. Blöder Ball. Ah nee, der ist erstmal dran. Ja komm, macht es auf die 100. Komm. Ja. Ja. Los. Wow. Was für eine Überraschung. Hm. Gut gemacht. Hoppys, wir müssen uns konzentrieren. Fertig jetzt. Wie er sich selber lobt. Wie er sich einfach selber die ganze Sendung lobt. Ich hab 10 und der hat 150. Mann! Das war zu viel. Fall ich noch runter. Natürlich! Super! Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Aber wenn wir das halt machen, gehen wir halt sehr für die XP und... ...wieder null Punkte. Das läuft genauso wie ich es mir gespickt habe. Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Danke, Professor. Danke für den Hinweis, dass ich mich noch verbessern kann. Weißt du, was mich eigentlich am meisten nervt? Dass man die Texte nicht überspringen kann. Zumindest hab ich noch nicht ausgeregt. Nee! Ausgezeichnet? 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 Meine Güte! Ich bin Professor! Mann! So, was ist das jetzt? 50. Gut. Zumindest mal keine 100. Hopp! Jetzt konzentrieren bei uns! Ich hab keinen Bock mehr die ganze Zeit zu mecken. So! Das ist in der Mitte. Ich möchte nur auf das Grüne kommen. Ich bin dann sofort zufrieden. Das ist doch keine 20! Das ist doch... Das ist doch bei Grün! Das ist doch bei Grün! Warum ist das noch bei 20? Ich hab 30! Wir machen alle Fehler! Ich hab 30! Das ist unfair! Das ist ungerecht! Ja, jetzt ist es bei 30! Zählt das noch? Gut gespielt! Achio! 40? Ah, das einen hat doch noch gezählt! Hahaha! Oh, ne! Gut gemacht! Oh, ne! Gut gemacht! Achio! Achio! Ich kann nur noch Gleichstand, wenn ich den jetzt treffe. Es fängt schon an zu regnen. Es fängt schon an im Game zu regnen. Alter! Das Spiel will mich aber echt ärgern, gell? Es regnet! Es regnet! So, du kommst jetzt her, du blöder Boll! Wir haben 50! 50! Der Weg! Und wir haben die 50! Huuu! 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 Ne, das haben sie mich nicht gelernt, Herr Professor! Das tritte! So! Die 100 schaffe ich! Oh, jetzt ist ein Ball im Weg, ne? Wir machen alle Fehler! Wir machen alle Fehler! Ne, ich höre das jetzt nicht, weil es ein Ball dort ist! So! Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen! Okay, aber jetzt ist mal ein Ball vorne dran! Ne! Jetzt mach nicht das! Oh! Oh! Gut gemacht! Mein! Aber warte mal, ich könnte meine noch vorboosten! Hier! Ja! Boosten! 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 Nein! Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen! Oh, Mann! das kann doch nicht wahr sein dass sie sich nicht so jeweils im plan ich habe eine strategie ja professor machen sie machen sie nur ich werde zuletzt so jetzt müssen wir nämlich den auf 100 bringen wir müssen den letzten auf 100 bringen das müssen wir jetzt schaffen jetzt loslassen nein du schießt jetzt nicht runter du schießt den jetzt nicht so und jetzt müssen wir den hier probieren auf 100 zu kriegen jetzt nein und damit haben sie noch eine gelegenheit zu lernen ich wollte zu viel ich wollte zu viel gut gemacht ich muss es ist hier und damit haben sie noch eine gelegenheit zu lernen und zu wachsen grämen sie sich nicht ich wurde noch nie von schülern geschlagen wie wärs mit noch einer runde ja ja gern ich würde gern mein rekord verbessern ausgezeichnet wir schaffen das jetzt wir sind jetzt einfach mal motiviert und schaffen das jetzt so wohnen machen sie danke man fängt jetzt mit dem ball an warum fängt er jetzt mit dem ball an der hat doch mal eine strategie gemerkt da wusste genau hey die wir jetzt erfunden werden es ist alles nur der plan von dem typ mal da so und damit haben sie noch eine gelegenheit zu lernen und zu wachsen gut gemacht ich kann mich so wir müssen unsere strategie ändern das machen wir aber in der nächsten folge leute von heute bis dahin und ciao und säg